SUVs töten, alle verbieten, die Fahrer sind Mörder! Ja, es wird wieder diskutiert in den Kommentarspalten und wie auch schon beim Klima, Greta oder der Seenotrettung, meistens fernab der Sachlichkeit. Danke Merkel! Wie die Debatte um die SUVs jetzt hochkocht und warum ein SUV per se nicht gefährlicher ist als ein anderes Auto? Jetzt! Pass auf Klapp spontan. Ein SUV in Berlin ist von der Fahrbahn abgekommen und haben Menschen überfahren. Mehrere Poller und einen Ampelmast. Erst ein Bauzaun hat dann das SUV zum Stehen gebracht. Das ist die Vorgeschichte dieser aktuellen Debatte. Fakt ist, mehr als jedes fünfte neu zugelassene Fahrzeug in Deutschland ist ein SUV. Im August führen die SUV sogar die Liste von neu zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland an, noch vor Autos aus der Kompaktklasse. Und das sind auch nicht nur alles Männer, die diese SUVs fahren, die was Kleines kompensieren müssen, sondern laut Umfragen vor allem Frauen und ältere Menschen, weil die leichter einsteigen können, höher sitzen und dadurch einen besseren Überblick haben. Ich finde es super. Schön ist es, groß ist es, Platz hat man. Und vor allem auch mit Kindern ist es einfach angenehmer, wenn man dann einfach auf einer Ebene alles einladen kann. Die sind in der heutigen Zeit unsinnig wie ein Kropf. Ich finde die ganz grauenvoll. Ich verstehe nicht, was sie in der Stadt zu suchen haben. Bei einem Unfall mit einem SUV ist für einen Fußgänger die Gefahr dabei, getötet zu werden, um 50 Prozent höher. Das ist eine Behauptung, die in dieser Debatte die Runde macht, zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe via Twitter. Fakt ist, alles jenseits von 50 kmh ist für einen menschlichen Körper mindestens lebensgefährlich. Egal mit welchem Fahrzeug. Und auch da gibt es Unfallforscher, die sagen, bei einem SUV fällt der getroffene Körper anders und die Überlebenschancen sind höher. Entscheidend ist die Geschwindigkeit. Wenn ein Kleinwagen 70 kmh fährt, ist er durchaus gefährlicher als ein SUV mit 30 oder 40 kmh. Im Unfall von Berlin hätte der Ampelmast aber womöglich einen Kleinwagen aufgehalten. Die Unfallstatistik liefert übrigens keine auffälligen Belege, dass SUV-Fahrer für mehr Unfälle verantwortlich sind. Was in dieser Debatte allerdings auffällt, sie wird sehr emotional geführt. Das haben auch bereits einige Parteien kritisiert. Die FDP etwa spricht von einer Instrumentalisierung für politische Zwecke. Es käme nicht auf das Auto an, sondern auf den Fahrer. Und Philipp Amthor von der CDU sagt, dieser Unfall zeige das Gefährdungspotenzial der SUVs. Aber eine Verbotsdebatte würde er nicht lostreten. Wie siehst du das? Sind SUVs Waffen auf vier Rädern? Und wie findest du, wie diese Debatte geführt wird? So sachlich wie in den Kommentaren zu diesem Video. Schreib's doch gerne gleich mit rein und dann gerne liken, den Kanal abonnieren und wenn du neu hier bist, hier gibt's eine Playlist mit allen vorangegangenen Possochklerz. Merci und ich seh' dich im nächsten Video. Ciao. Vielen Dank.